Bauer ein Portal zum Nöger und dann geht da rein Ege drückt mal Tab Leute, ne? Wusstet ihr das? Da sieht man die Köpfe Das voll lustig Da sieht mein Kopf, das sieht endlich mal schön aus Das finde ich ja, ne? Ich wollte eigentlich schon vor ungefähr fünf Monaten ändern, aber... Ja, der sieht aus wie so'n Smiley mit Pyjama Kennst du den Smiley nicht? Ein Smiley mit Pyjama? Was ist Tobi? Der Smiley sollte eigentlich mal unser Profilbild darstellen Ist es doch Ja, ich weiß Das war eigentlich nur so'n Test, aber... Egal Auch wenn du noch nicht mal den... So wie du hast den Scan nicht gemacht Ich weiß, aber das war trotzdem mal ein Test War der David, ne? Auf jeden Fall, der hat den so gemacht, dann haben wir damit einfach mal auf'n Heißsaal irgendwie schon frumgezockt und dann hab ich dich bis jetzt auf einmal drin gelassen, weil ich zu faul war Autsch Um dir ein Scan zu machen, oder was? Ja, ich würd' mir gerne einen selber machen Alter, hast du... du musst immer... du musst immer reinziehen Im Internet downloaden So wie ich, ne? Also selber machen So wie Torben, meine ich Du musst dir mal reinziehen, wie lange das gedauert hat mit dem Hintergrund, ey Nein, so wie Torben Wie, nein? So wie Torben? Ja, den Scan selbst machen So, ja klar So Ich hab' den letztens übrigens genau gleich gesehen Nein, das kann nicht sein Genau gleich... nein, genau gleich nicht Zu 100% gleich Völligerweise... achso, du... Nein, kann nicht sein Nein, zu 100% kann nicht sein Doch Nein Doch Nein, geht nicht Komplett gleich Geht nicht Natürlich geht das Ich weiß, dass ich daran was verändert hab, Tobi Und was? Ein... ein Farbpunkt, oder was? Nein, zum Beispiel... also jetzt... große Überraschung, die Augenfarbe Dann hab' ich... Ja, aber die waren auch... Ja Ja, die hab' ich aber verändert Die waren vorher grün Dann, äh... Ja, bei dem waren sie aber auch blau Ja, aber, äh... die hab' ich auf jeden Fall verändert Nein, das hab' ich gemacht Torben Ja, ernsthaft Da laufen aber 2000 Leute mit dem gleichen... Ja, ne? Nein, dann guck dir das Creeper-Gesicht nochmal an Das hab' ich gemacht Ich hab' davon sogar, glaub' ich, Screenshots gemacht Ja, ja, dann schick' mir die mal Weil die haben 100% nicht ein anderes Wenn ich jetzt getötet werde, Torben, dann bist du Du kannst die auch hinterher schicken Ah, ich schick' dir die jetzt Ja, jetzt nehm' ich die eh nicht an, ne? Äh, wollen wir schlafen? Habt ihr das Zeit dazu? Ja, ich schon Ich glaub' ich hab' die noch Ah, Tobi, ich hoffe, die hast du nur, ne? Ja, da Ja, gut, dann schick' sie Da steht der mit dem Creeper-Gesicht Ja, dann schick' mir die mal Ja, ich such' noch, genau, da ist... Wo ist mein Bett? Da ist... Oh, nein, ich hab' das hier ja nicht abgebaut Die Augenfarbe, Torben, alles Junge, ich schwöre dir, die Augenfarbe war grün Und, äh... Ja, aber der hatte auch blau Ja, das kann sein, aber dann hat der sich hier auch verändert Ja, na und, aber der hat mit dem gleichen Skin Tobi, da ist im grünen Design gewesen Die Augenfarbe war grün Hey, toll, wenn du die Augenfarbe veränderst, bin ich... Äh, nein, weil der Tobi mir das hier nicht... Nein, ich hab' ein anderes, dann schick' mir die Screenshots Ey, könnt ihr jetzt schlafen gehen? Dann nehm' die jetzt mal an Äh, nein, ich hab' kein Bett, ich muss einen Schaf töten So, okay, ich schick's dir doch mal Tobi, könntest du schlafen gehen? Nein, ich bin in der Höhle Ja, du hast doch dein Bett dabei Nein Wird man das nicht mehr Äh... Hä, was machen die Monster denn? Hä, wie, was machen die denn? Ja, die benehmen sich total komisch, wie die laufen und so Nein, Creeper, du jährst meinen Lungenkörn noch nicht in die gleiche Klippchen Das musst du einmal annehmen BAMS, Creeper-Gesicht Ja, ja, mach ich gleich Sonst unterbricht die Aufnahme wieder, ich weiß nicht warum, aber War auch in der letzten... Ich weiß nicht genau, welches Creeper-Gesicht du hast, aber ich habe... Ich glaube, es sind verschiedene... Ja, ja, macht halt mal Oh, weil, äh... Ich bin eigentlich richtig billig einmal, ja Fuck Nicht so billig, nein, nein, noch billiger Ist, äh... Alter, ist gut Jetzt, was so Ich hör' die ganze Zeit des Gründer Boah, Alter, das mache ich gleiche, ohne Spaß Alter, könnt ihr jetzt schon... Tobi, jetzt hör' mal auf Nein, ich bin in der Höhle Ja, aber du kannst da dein Bett planten, du hast doch schon mal geschlafen Ich hab' jetzt nicht da... Hey, ich bin gerade jetzt mit meinen gegangen Ach so, du warst... Ach so, okay Dann baue ich dir mein Bett jetzt auf Willst du dann schon mal zu mir kommen? Ja, äh, treffen wir uns beim Tobis Teil Ja, ja, sag mir... Sag mir, wenn du da bist, ich bin in fünf... Geil dich Torm, ich muss eben... Bis gleich Hä, w-was? Ja, dann nimm die jetzt eben an und du kriegst die Aufnahme Hä, w-w-w-ja, wo ist der Flo hin? Warte, ich muss eben Monster töten Ich muss was aufnehmen Ach so, ja, Moment, ich muss eben Monster töten, danach nehme ich die an Man! Jetzt mach' ich sch... Junge, ich kämpfe gerade gegen zwei Creeper und 10.000 Zombies Und Skid Ich darf Torben kicken So Ich glaube, ich darf Torben kicken Ich glaube nicht Moment, ich hol' mir eben noch den Enderman und dann... Ja, und dann sehen wir uns nach einem kurzen Kut wieder Oh, Moment Eben noch die Chance ergreifen, den Enderman zu holen, weil der andere keine geblockt hat Weil der Torben, ich kicke mich wirklich noch Ja, Junge, am Arsch kickst du mich, ich muss sie töten So Ah! Hast du's jetzt? Ja Äh Oh, Junge, Tobi, das ist echt unnötig, was soll die Scheiße? Hä? Ja, der kickt mich einfach Ach so Torben Torben, Torben Ja! Hast du jetzt gerade einen Cut gemacht? Nein, hab' ich nicht Dann hat man die IP gesehen Passiert Wir haben Hamachi-Server, du Schlaukopf Äh, ja und? Ja, da können die nicht einfach draufjoinen Die müssen erst ins Netz weg So, das ist ganz gut, das stimmt Und außerdem könnte ich da zum Notfall auch noch alles rauscutten Und whitelisten Jopp Tom, du wolltest sie annehmen Ja, mach' ich doch gleich nach der Aufnahme, entspann dich mal Der hat doch keine Eile So Hier sind jetzt gefühlte 10.000 Creeper Was? Hm, nichts Weißt du, meine Axt ist kaputt Wo hab' ich das Hasenfleisch her? Ich hab' doch eben nicht auswesenden Hasen getötet Ach, Tormi Ja, bist du beim Tobi? Nee, ich muss meinen Bunker noch abbauen, wie gesagt Lass' ich nur einen verstehen Ja, meine Axt ist grad kaputt gegangen Lass' ich nur einen verstehen, in der Wüste ist eh keiner Ich hab' meinen aufstehen lassen Ja, aber das ist nicht in der Wüste, das ist in der Grasmannschaft Ich hab' meinen aufstehen lassen Ich hab' meinen aufstehen lassen Hey, was denn? Ich hab' mich noch keinmal aufgeregt, was hast du für Probleme? Wann hab' ich denn gesagt, dass ihr nicht zusammenbrauen dürft? Ohhhh Ich hab' mit dem Bunker gemeint Mann, warum explodiert? Ach so, ja, der sollte nicht stehen bleiben Ne, das regt mich auch auf Oh, meiner ist stehen geblieben Meiner ist stehen geblieben, aber das war nur so'n Adite-Zeug Das sieht schön aus, das passt zum, äh, Sand oder Gras, wo auch immer ich war Alter, ohne Spaß Hier explodieren 40.000 Creeper, ich muss mir echt ein Haus bauen Ja, du solltest vor allen Dingen die dann ausbessern, ne? Hä, ja, ich hab' nicht genug Erde Dann musst du Erde farmen Alter, lass mich erstmal hier ein bisschen bauen Oh Junge, entspann dich mal Tobi, ne? Ach, das war gar kein Hasenfleisch Das war Schafsfleisch Ja, wenn 10 kommen, von hinten und so, ne? Guckt euch an, was mich hier für Monsterviecher verfolgen Wo ist denn Tobis Gebilde jetzt? Alter, ich hab' keine Ahnung Scheiße! Ja, mach' ich, ja Alter, mach' der ähnlich Ich muss sowieso den Enderman killen, dann noch den Ja, also ich bin grad echt an einem Enderman vorbeigelaufen Aber ich hab' den extra mal stehen lassen Obwohl ich immer noch keine Enderperle hab' Obwohl ich schon drei getötet hab' Leute Wofür brauchst du ne Enderperle? Hä, womit kämpft der Enderman? Moment Das wir ich mir immer angucken Oh, hier ist ein Steinschwert und Moment Moment, ah ja, kann ich Ja, jetzt geh' ich ja noch, da ist recht Siehst du? Da hinten sind Vackeln Ah, es wird wieder Tag Ja, das ist einfach zu verführerisch Da kann ich nicht... Ja! Weiß ich nicht, ich will sie haben Weißt du, du gehst eh erst ins End, wenn tausend Jahre vergangen sind Ich geh' nie ins End, warum soll ich hier ins End gehen? Außer für XP, aber... Hä? Äh, ja, warte, was dann? Warum? Nein, Alter, ich hab' keinen Grund Erst wenn wir hier früh dir enchanten werden Ja, aber Flo, wenn du dich nicht drum kümmerst Dann ist dein Problem Wie, wenn ich dich nicht drum kümmer? Oh, boom, hi, ähm Okay Okay Herr, kann doch jeder machen, wie er will Wir werden eh hier erst den... Part 200 oder so im End... Nein Lol, bei Tobi im Berg ist so ne richtig unnatürliche Höhle Einfach so ein richtiges Rechteck da reingehauen Äh, da war ich nicht Nein, da warst du echt nicht Doch war ich Alter, das ist ne Höhle Das ist ne Höhle Da wollte ich erst mein Haus reinbauen Tobi, da kannst du nicht dein Haus reinbauen Und das ist in der Luft mitten an so nem Abhang Ja Das ist ne Höhle, Alter Ich bin da doch jetzt gleich drin Ist das ne Höhle oder ist das quasi schwebt das nur? Es ist ne Höhle Ja, ne Höhle nicht, aber... Ja, ich bin am Berg Ja, und ich habe gesagt, eine richtig unnatürliche Höhle Ähm, ja, dann komm mal hinten am Berg runter Ah, ich seh dich doch Ah ja, da Guck mal, hier sind Schweine, Schafe, Kühe, hässliche Stellen mit addite Zeugs im Boden und so Aber wenn man weitergeht, hören die hässlichen Stellen auf und die schönen nehmen zu Oh, hier ist sogar ganz viel Eichenholz, das nehme ich mit Hä, ich hab auch einen Eichen Zeppling Ich hab gesagt, dass du nicht mit Ne, du hast gesagt, dass... Hä, wird nochmal irgendwas mit mit zugesagt Ich nicht Er hat gesagt, dass nämlich mit Hä, sonst mach ich wieder ein Instant Replay Ja, ich bin nicht darauf gekommen, bin ich bölt? Hier sind Tür Ja, ich hab kein Leder Ey, ja, nein, lass, lass die leben, lass die Ach, da, da, das Let's survive Ich lass sie leben, ne? Ich lass sie leben Das sind freundliche Worte von Tobi Ach, da bist du Ich fang gleich übrigens Tiere ein, damit ich farmen kann, weil mein Essen langsam ausgeht Ja, ja, ich hab noch ein wenig So, gut, dann zeig ich dir das, komm mit Dann könnt ihr auch mal ein, zwei Fleisch geben Nein, brauchst du nicht, ich fang mir gleich welche Ich schlachte dann Ich gehe eh erstmal auf pflanzliche Produkte Oh jo, hier ist schon mal eine große Ja, ja, genau, und die wird immer größer Hier hab ich mal eben mein Lager aufgeschlagen, hier werde ich aber nicht wohnen bleiben Oh, Zaubertisch, abbauen, abbauen Und, äh Zaubertisch kann man sogar mit ner Holz Lass die Dias da drin Und da hinten siehst du die unter Denkmal stehenden Da hinten siehst du die unter Denkmal stehenden, äh, Zuckerrohrsänen So werden die genannt Ähm, da Tom Der und der dahinter Kannst du schon auf Level 30? Silberfische Ja, kommen manchmal auch so jetzt in Höhlen, ne? Nicht im Ende Aus den Steinen kommen die raus Ja, hier ist manchmal so ein bisschen explodiert, aber das passiert halt Aber ich höre irgendwie so ein Ohr oder so Und, komm mit der? Hast du schon eins ausgewässert? Tobi sagt immer, er hört Spawner Warte Hier sind ganz, ganz Hier sind tausende Schafe Da hinten gehört mir Ähm, hast du mal was zu essen für mich jetzt? Nö, du wolltest nix Da hinten sind Fichten Zeugs Hä, aber die Fischer sind doch immer unterm Endverfall, oder? Ja, das auch, aber die sind auch, äh, kommen auch aus normalen Steinen raus Ja In Höhen In Höhen Ja, ja, die Boah Flo, ey, ich bin nicht böse Aber die waren früher nicht in, äh, normal Hier sind Hase Stopp, Flo Scheiße, ich hab die Möhren vergessen Moment Gib mir, gib mir eine Sekunde Ey, ich hör nämlich die ganze Zeit so ein Geräusch vom Silberfisch Ich schlage erstmal im Dorf mein Lager aus, da brauche ich keine Gehege für Tiere, machen das perfekt erstmal Da, ich hör nämlich die ganze Zeit, ey, oder das ist eine Spinner Wir machen ja ähnliche Geräusche Ach, du hast dann mit dem einen, ihr handelt mit dem 38 Rotten Nö, nein, so viel hatte ich noch nicht Ja, 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 manche machen, äh, zwei Trading angeboten Fastenspeck, Dings Ja, ähm, aber, äh, hast du Dingsbums? Hast du Rottenflash viel? Rottenflash hab ich gar nicht, hab ich alles mitgeborst Ach so, weil sonst könnten wir schon, ne Ach ja, jetzt gibt's ja auch diese komischen Viecher da im End, die neuen Welche neuen Viecher? Ach ja, die Endermalz, ne? Ja, genau Gib, gib, gib So, Wolle hab ich auch genug wieder für ein Bett Karottis Ey, hier machen Da kannst du ja auch so eine übelste XP fahren bauen Ich mach vier Smaracke, eine Lederhose mach ich mal eben noch Ja, ja, genau Und du, gibst davor elf Leder für ein Smaragde ab, das ist voll sinnvoll Ne, ich hab vier Smaragde, das ist voll das gute Geschäft Ey, soll ich mal jetzt zum Flow gehen und da auf die Linke aus, äh, auf dir, soll ich das da mal jetzt machen? Das halte ich für eine gute Idee, gönn der Maturwe Okay So, ich will der Erste sein, der Hasenaut, yeah Komm, ich suche mir mal hier die Kamera, boah, Alter, wie der abgeht, junger Flo, du musst reinziehen, wie der Hase abgeht Tom, das Problem ist in der Nacht, können die auch zu ziemlich aggressiven Dingern werden, ne? Äh, ich dachte, die spawnen nur mal mit einer Chance zu 1 zu 50 Milliarden, das, äh, mit so einem Angry-Ding Komm Ja, ja, aber 1 zu 50 Milliarden glaub ich nicht Ja, ne, 1 zu 10.000 oder so Naja Aber die werden doch nicht aggro Ey, Hase Doch, in der Nacht schon, aber ich weiß nicht, ob das auch bei Gezähmten quasi geht Hä, man muss ja nicht zähmen, das ist ja so wie mit Schafen Hä Kann der mal bitte hier reinspringen, das ist doch kein Ding Hase Geh da rein Bist du dumm, ey, ernsthaft? Boah, sind hier viele Kühe Sind da ernsthaft auch Esel? Ja Das ist ja mega genial Das ist mega genial, Flo Ja, was Alter, schrei nicht so Hase Mach doch keine Scheiß Nein Boah, kommst du mich an, Hase Geh doch einfach da rein Mach dir ein schönes Leben mit deinen Hasenfreunden, die ich dir gleich bringen werde Du kannst ganz viele Kinder haben Komm mit Rein Wenn das zu männlich ist Rein Dann kann er trotzdem ganz viele Kinder haben So, endlich Du bleibst da drin Lol, bepflanzen die ihre Felder neu? Was? Die Villager, ja, wenn die die Rotstoffe quasi haben Deswegen, da kannst du ja auch eine komplett automatische Weizenfam quasi machen Wie krass die sind Ich mag euch Villager Die lassen quasi Ich weiß gar nicht, die ernten dann fertige Felder ab Und dann musst du quasi so einen Ja, ja, das übernehme ich für die Hauptsache die Pflanzen neu an Hauptsache du lässt ein Paar leben Von dem wilde John Ja, ja, mach ich, klar Ich lass, äh Und dann hinterher so eine automatische Farm Du kannst ja ganz leicht transportieren Boah, Alter, der Hase sieht krass aus Kaum Kommt nicht Alter, bei mir sind voll viele Kühe Ja, äh, Flo, äh, willst du die, äh, hast du einen Weizen? Einen Weizen? Ja Nö, ich baue mir ein Feld gleich Und ich hab baum hier Wieso freut ihr euch eigentlich immer über Hasen? Die sind eigentlich relativ unselten Äh, ja, aber Hä, kommt Da ist ein Hase, da ist ein Hase Nee Boah lol, der Hase kann, der Hase kann hier escape Jetzt ist der Hase weg Kommt jetzt hier rein Da ist ein Hase, da ist ein Hase Die Hasen gehen mir jetzt schon auf den Sack, Leute Die gehen mir richtig fett auf den Sack Komm doch Das sind doch komische Geräusche, ne? Nein, das nicht, die machen gar keine Geräusche Aber die, echt? Die springen mal in die Richtung Mal in die, ja, rein mit dir, rein mit dir Hä, doch, natürlich, die machen irgendwelche Geräusche Nee, die machen keine, echt nicht Ich bin, die ganze Zeit bin ich bei denen, die machen keine Geräusche Normalerweise sollten die Geräusche machen Oder es wird wieder rausgemacht Vielleicht, weil die so scheiße geklungen, geklungen haben Oh nein, Hase, Hase Guck mal, das war jetzt, ne? Nicht mit Ja, ich lass mich hier erstmal im schönen Dorf nieder Ich lass mich hier auch nieder Hier ist eine idyllische Atmosphäre Hier baue ich mein Haus hin Wo baue ich denn mein Verzauberungshausi dausi? Keine Ahnung Tue ich erstmal einfach in eine Kiste rein So, falls die Villager hier reinkommen und die ihre Tür nicht schließen Ich habe nur vier Diamanten Hast du eh nicht, hast bestimmt schon richtig viele Nein, hab ich nicht Ich wette schon Wollen wir uns gleich mal an meinem Back treffen, um das Archiven zu erzählen Kannst ja auch zum Dorf kommen, oder? Ich weiß nicht, wo das ist, das Problem Ja, ich habe auch vergessen, wo der weg ist Nein, können wir machen Ah, stopp! Also wir müssen das nicht jetzt machen, ne? Erst muss ich hier die Hasen upsafen Ja, wie gesagt, wir müssen das nicht jetzt machen Äh, das meinte ich gar nicht damit Ich weiß, dass wir das nicht jetzt machen müssen Ich meinte einfach nur, bevor ich irgendwas... Wie macht man jetzt Zäune? Äh, mit einem Holzblock in der Mitte Also so mit zwei Quasi wie ein Fansgate, nur genau andersrum Jetzt ernsthaft? Das wurde auch geneuert, ne? Ja Ne, Torben, das war schon immer so Wie peinlich das gewesen wäre, wenn das jetzt wirklich immer so gewesen wäre Was ist das? Mann, ich bin... Hast du dir jetzt Fansgates gemacht? Ja, acht Stück Egal, die kannst du auch benutzen, die sehen auch gut aus Nein, aber eins brauche ich sowieso Ja, guck, kannst ne Achtertür machen Das ist ne gute Idee, da passt auch definitiv jede Schaf rein Hä, wie macht man denn Zäune? Es geht ne... Äh, doch, so So, Leute, da kriegt man jetzt 30... Hat man auch schon vorher gekriegt? Keine Ahnung Nein, 2 So Oh mein Gott, ich hab mich an Dias vorbeigebaut Das ist natürlich schade Ich bin Level 30 So Hast du dich jetzt eher soft an Dias vorbeigebaut? Äh, ja, nur um die gleich aufzusammeln Aber Redstone ist mir wichtiger Nein, das war so richtig behindert Meine Spitzhacke geht jetzt nämlich kaputt Nein Hä, brauche denn ne neue Ja, aber das dauert wieder Ich muss ja wieder komplett zurück Vielleicht vergisst du ja die Position Das wär lustig Ne, das ist der letzte Gang, den ich jetzt hier gekraben hab Ähm... Hase, was guckst du so doof? Ach, scheiße, das ist hier so doof Denkst du wirklich, du würdest hier reinkommen? Komm mal her! Hey Tobi, ich find das echt unlustig, dass du nicht schlafen kannst Boah süß, ein Hasenbaby kriege ich Oh ja, wie süß Na du Wixler, was tradest du? Oh, du tradest sogar gar keine schlechten Sachen Aber hau es wieder ab, weil ich dich angeguckt habe, oder was? Haha, da kann ich verstehen, warum der abhaut So, erstmal alle Sachen hier reintun Jetzt hole ich mir erstmal Schafe Äh, Kühe Es sei denn Tobi Ja, ich kann jetzt mal kurz mal ins Baum hier setzen Es sei denn Tobi kann schlafen Nee, also ich kann gleich hochgehen, wenn ihr wollt Ja, gerne Ja, dann geh ich gleich hoch Oder ich bin Lavasee Wo bist du überhaupt Flo? Ah nee, hier ist Lavasee und ein Baum brennt Flo, wo? Dann, dann, dann bau den Baum da am besten ab Weil sonst breitet sich der Brand auf Nee, der hat schon Der ist schon abgebraucht, Brand Aber ich lösche hier grad das Feuer Die Natur erholt sich wieder Tobi Echt So nice, ich kann nur jetzt Verzeihungstisch plus DIA Acker machen Plus DIA-Schwert, glaub ich Ich kann mir ne volle DIA-Rüstung plus den ganzen Scheiß machen Ja, du hast auch Lack, ich ja nicht Nee, hab ich nicht Muss mal gucken, ich hab jetzt hier schon Keine Ahnung wie viele Tunnel gegraben und einfach nicht gefunden so ungefähr Ja, gehabt halt So, dann das zu bauen und dann das so Aber das ist unfair, ich hab auch kein DIA Ja, weil du dich auch nicht bemühst, irgendwelche zu finden Klar, ich bin die ganze Zeit durch Höhlen gerannt Ja gut, Flo Oh, zwei Creeper, das find ich unlustig Was suchen wir in meinem Haus? Oh, Flo Du bist wohl gerade so zwei Creeperschaften Ja, aber da ist auch noch ein Skelett Oh, da ist auch noch ein Skelett Hä, Flo, wo bist du überhaupt? Bist du im Dorf? Nein, ich bin weiter gerannt In welche Richtung denn? Äh, weiß ich nicht Bist du durch den Sumpf gelaufen? In welchen Sumpf? Okay, vergiss es Ja Park, dann war hinter mir noch ein Gepper Willst du mich verarschen? Also Thor, was werden wir daraus? Einen Flo am besten immer ignorieren Aber ich hab geniegt Erder von Osborne Aber ich hab geniegt Erder von Osborne